Hey, ach so gehölzt ab. Ach so, ich kiste. Setz ich die hier erstmal hin und schmeiß alles rein. So, das, das. Hast du die rote Beete und so weiter denn jetzt? Nee. Überhaupt nicht. Ich habe auch in der letzten Zeit keine durch Fässer bekommen, ehrlich gesagt. Und wenn ich so hatte, dann war mein Inventar immer so voll, weil ich auf der Insel was, dass ich es gegessen habe. Dann war es ja jetzt ab jetzt nicht mehr. Kannst du mal hier die vier Sachen bitte rausnehmen aus der Kiste? Äh, aus welcher? Der lang. Die. Hab ich. Oh lol, die kann man sogar so hinstellen. Das ist noch besser. Das, das. Das, das, das. Das, das. Das, das. Ich hasse Wellengang. Hab ich das schon mal gesagt? Bisher war ich immer der, der wegen den Bällen gemeckert hat. So. Drüttt. Wo die... Ähm, hier fehlt so... Ein Netz fehlt da, ich weiß. Wieso schon wieder ein Netz? Leute, hier fehlen sogar Zwer. Ich kann... Nee. Ich brauche Holz jetzt erstmal für... Ich habe ja vier Sachen wieder rausgenommen. Was hast du rausgenommen? Die vier Sachen habe ich ja noch im Inventar. Ja, äh... Mach die erstmal da rein. Ich brauche acht Holz. Das kotzt mich an. Müssen wir jetzt mal weiterfahren. Stopp, ich brauche sogar mehr. Acht. Und zwölf... Ich brauche 20 Holz. Oh ja, gut. Wir fahren vorbei. Nee, das bringt nicht viel. Leider Gottes. Ich hier eigentlich. Ich habe das dann noch. Bitteschön. Äh, was denn? Hier liegt nichts. Wie? Hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Was denn? Was soll denn da liegen? Du hast doch gesagt, hier, ich habe das da noch. Ja, das hast du schon aufgesandelt gehabt. Was zur Ruhe. Waren ja nur vier Holz. Oh, ich alter Mann. Eher der verfressene Mann. Nix zu sehen am Horizont. Wie viel Inventar hast du frei? Ich halte mir das immer sehr viel frei. Also alles, besser gesagt. Ähm. Hm. Das hast du jetzt hier alles drin. Da kann ich das, das, das Vogelnest und das Bett erst einmal reinhauen. Kannst du mir mal helfen, die Kiste hier leer zu räumen, dass ich die woanders hinsetzen kann? Was denn? Jupp. Was so bei uns? Das war die Kiste Kiste Kiste. Ich habe alles ausgenommen. Moment, ich bin dabei. So, da sind die Scharniere. So, da kann hier der ganze Schmarrie das erste Mal rein, bis wir die nächste Kiste haben. Oh, das müsste so reichen für die nächste große Kiste. Wow. Ich habe... So. Hä? Nein! Ich... Oh, die habe eine kleine gemacht. Alles gut. So, jetzt aber eine große. Okay, hier Steine. Plaste. Ähm, den Trockenziegel kannst du hier mit in die Kiste werfen. Hei, 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 hei Chibumbajci. Ähm. Das, 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 was soll ich denn hier noch reinhauen, den scheiß Seetank kann man hier noch mit reinhauen, so dann kommen hier Haiköpfe, das Lagerfeuer, das Vogelnest, die Blueprints, das ist der Hammer, die Muschelkante in die Kiste da hinten, hier habe ich irgendwas weggeschmissen, Blätter, das, das, das und, ey jetzt, alter Eik, du zockst heute ist schon eindeutig zu lange, das ist das Bett, das, da hinten ist das, die Nägel könnte ich hier mit rein, so, ähm, da ist ein toter Vogel, so, dann, kleine Kiste, kleine Kiste, eins, zwei, drei, vier, da gut, die Samen mache ich jetzt da rein, wo die Rezepte drin waren, die Rezepte mache ich daneben rein, und dann ist da noch eine, äh, ich sag mal Schrottkiste, falls wir hier nicht mehr, äh, falls wir mal wieder zu viel haben, und ein bisschen Platz brauchen, ok, der Speer One hittet den, das ist nice, welcher Speer hat der im Teil? Ja, aber nicht den Vogel, doch, der Vogel, ne, ich hab auch schon mehrfach mit so einem Ding drauf gehauen, und passiert, äh, der ist nicht gleich gestorben, ne, du hast ihn wahrscheinlich nicht getroffen, ähm, rechts holen uns die Insel, Eik, äh, paddel mal hin, ich will die Fässer reinholen, wenn ich treffen würde, ich hoffe immer noch auf guten Loot hierfür, ok, die zwei Fässer kriegen wir nicht mehr, oder, ne, sind zu weit weg, warte, da kann ich weitermachen, ich komm nicht hoch, ey, ich hab schon aufgehört, ey, warte, ah, ich bin hier vorne dazwischen gefallen, deswegen dachte ich mir, gehst du gleich dort hoch, ey, schon wieder essen und saufen, ne, aber mein Kalle ist gleich kaputt, und zwar, jetzt, könnte reichen, sonst haben wir ein Problem, ähm, äh, warte, hier, ich muss erstmal was, äh, essen, sonst bin ich gleich am Pupöchen. Frischst du da schon wieder Kartoffeln? Nein, ich hab das vom Dings genommen, vom Grill. Also, sah wie eine Kartoffel aus. Ähm, Netz, 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 Seil und Nagel, Nagel hatten wir doch hier. Ähm, ich hab jetzt wieder, oh Gott, wir fahren immer noch dran vorbei. Hä? Ach, da unten ist der vierte. Eik, wirfst du gleich den Anker? Ja, kann ich machen. Das reicht schon. Gleich heißt nicht jetzt, aber okay. Ach, das bisschen kann man doch schwimmen. Hast du noch Seil oder irgendwie, oh. Das ist zu voll hier, Eik. Wir müssen das eindeutig, ähm, sicherer bauen. Das geht so ne mehr. So, eins konnte ich jetzt noch herstellen. Ich brauche unbedingt Blätter und Seile. Blätter hab ich, glaub ich, einige damals eingeteilt in der Kiste, außer du hast die schon verbraucht. Ich glaub, die sind schon weg. Aber ich fahre am Cut, in dem ich die abholze. Weil ich noch mal ein bisschen Holz brauche. Ja. Das ist so. Ach, Ananas-Samen. Immer gern. Ich glaub, ich hab keine mehr. Na jo, kann ich dann, wenn, boah, du Scheiße. Wenn Dings fertig ist, ähm, anpflanzen. Sag mal, hast du dir schon so einen neuen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Auswurf-Ding gemacht zum Einfarmen? Hast du dir schon so einen, ähm, Haken gemacht zum, ähm, Einholen der Sachen? Den Verbesserten? Achso, ne, den Verbesserten nicht. Äh, mach das und geh unter Wasser abfarben. Das geht ja übelst schnell. Ich bin grad der hier ziemlich, äh, beschäftigt am Tag. Mitm Hai, mit Möwen. Ich glaub, er ist noch hier oben. Hä? Ach da. Und ich bin noch am Einsortieren. Ob ich die Ordnung noch nicht kapiere. Ähm. Hast du, äh, hast du Dingsbums gefunden? Kartoffel? Ananas-Pflanze. Ich kann die nicht anpflanzen. Nein, nein, nein. Achso, eh. Äh, Dings findest du nicht so auf der Insel, Kartoffeln. Da musst du schon, äh, so einen Fass-Loot, ne? Ach, scheiß drauf. Ich weiß, aber ich dachte, da hätte es mittlerweile schon eins. Ne. Arschochai. Ich geh schon angeln. Probier noch einen Köder einmal zu machen. Der ist schon wieder hinter dir. Ja, ja. Ich hab's gespürt. Dieses Kitzeln in meinem Nacken. Das Kitzeln in meinem Nacken. Da kann ich auf Klo gut kacken. Das hat er jetzt nicht gesungen. Oh, hat genau für acht Seile gereicht. Boah, ich hab hier ne hessische Fliege rumfliegen. Au, ab, ey. Meine Ahnung ist schon wieder blöken. Ähm, Metall. Puh. Ike. Moment, ich bin grad unter Wasser. Eins. Bist du heimisch anknabbert? Oder mein Sauerstoff alles? Wenn ich hier so... Wenn ich hier so... Ähm, Taco? Ich hab grad ne Kiste gefunden. Ja? Ja. Schräg unter... Schräg unter dem Boot. Oh! Ähm, ne, mit Metall-Erz. Da waren nur Erze drinnen. Äh, da unten rein. Das dahin, der Sand dahin, der Schrott dahin. Ich brauch halt für ne Angel wieder, wenn man grad kaputt gegangen ist. Unbedingt Holz. Achso, wie viel brauchst du denn? Vier. Danke. Also hier mit dem... Kann ich nochmal probieren. Mit dem Haken, der hat massig Haltbarkeit. Du wirst weiter aus und du baust instant ab. Achso, ähm, wie viel Früchte hast du denn hier drinnen in der... Hä? Da hinten. Was? Wie gesagt, am besten nur Fleisch. Nämlich Blüter, Milch, Töffer abbreiten. Nö, da sind ja genug Früchte drinnen. So ist es nicht. Und keine Sorge, ich hab ne Keule... Wenn ich Massenproduktion machen möchte. Ich hab ne Keule gefressen. Hey, ich find's halt... Ja, ich find's einfach nur faszinierend, wie viele Keulen... Ähm, da einfach drinnen sind. Überzeite Stück. Einfach nur durch die Möwen immer klatschen. Ähm... Sag mal, die Insel kommt... Jetzt... Äh, ja gut. Ähm, dann mal runter hier. Vielleicht komm mit. Hauptsächlich Erze und Schrott ist zur Zeit das, was ich brauche. Ja, wenn man nach oben schwimmen will und... Einfach mal das Boot im Weg ist. Wer kennt's nicht? Spiel Strand und brütteln. Achtung der Hai ist frei wieder? Jaja Ich bin etwas über Half-Life Passschau Bis jetzt lässt mich der Arsch in Ruhe Ich kann nichts mehr machen, ich habe kein Holz mehr Hier haben wir noch ein paar Erze Wie viele Erze brauchst du denn? Und was für welche? Scheißegal Ich sage einfach so, man kann es nie genug haben Das wird gut Ich gehe mal viel Ich bin der Oberfluss Ich setze mich Ich bin der Oberfluss Ich habe ihn nicht. Ich gebe keinen Ey, diese Flieger Ich fuck mich gerade so Kommst du jetzt zu mir nach Hause und killst hier die Fliege, die rumfliegt? Was? Ich weiß immer nicht, was du mit Fliegen hast Ich nerv mich überhaupt nicht Also, bei mir fliegen die ja immer vorm Gesicht rum, vor allem, immer wenn ich aufnehme Läuft Rot, da So, werd glücklich mit dem Mist Ja, wir können mal im Wingen gerne weiter Ich kann nicht mal mehr grillen, weil wir kein Holz haben So, dann Laste und ein Steinchen Ja Ja Was willst du hier? Ich zieh Jupp Kannst hochziehen Okay Ja Ich schon Das klingt immer so, als würdest du irgendeine, keine Ahnung, Karotte oder sonstiges essen Nö, das ist Hühnerkeule Was heißt denn? Hühnerkeule, drei Stück hab ich mir rein gehauen Das klingt echt immer so komisch Du, ganz ehrlich, ich hab sogar noch ein bisschen von diesem Gedöns, was da unten ist im Inventar durch die letzte Insel Achso, was haben wir jetzt gesagt, was braucht man hier für die verbesserten Teile? Zwei Nägel, ein Metall Metall Ich will jetzt mal ringsum ein bisschen safe bauen Ich hab hier 18 mit, äh, Roherzen What the fuck, wie viel das gibt? Ich hab 18 Roherze sowieso reingeschmissen, ich nehm hier mal noch welche hier raus Äh, ich hab hier nicht viel verbaut Jetzt brauche ich Nägel Wahrscheinlich aber unser ganzes Gefallen Nein Nein 30 3, 4, 5, 6, 7 Brauche ich noch 7? Na gut, reicht Die Möbel ist immer warm head bei mir Dann machst du irgendwas falsch Dann machst du irgendwas falsch Dann machst du irgendwas falsch Recht von uns Recht von uns Baue dir doch endlich mal ein Paddel Ne, ich hab ne... Ach ja, ich hab ne... Ich bin froh, dass ich Platz im Inventar habe Ich hab ne Rübe bekommen Rübe oder Kartoffel? Rote Rübe Schade Na gut, aber nehm ich auch gerne Und schon wieder irgendein Rezept Gemüsesuppe Und schon wieder irgendein Rezept Jetzt hab ich schon wieder Durst Ey, meine Fresse Jetzt hab ich schon wieder Durst Man kriegt aber nur 2 Tassen Wasser hier raus Wenn man 4 Reihen macht, das ist ja ein bisschen sinnlos Wie? Was sollte ich jetzt nicht... Hä? Ja, ich tu... Äh... Ich nehm 2 Wasser Wenn ich das komplett aufrufe... Achso Ich nehme 2 Wasser zum Trinken raus Dann ist es leer Aber ich muss 4 Reihen da hinten reinfüllen Ähm... Nein, weil ich ja auch passiv trinke, Ike Arsch, was fällt Ich nehm ja auch die ganze Zeit Wasser drauf Was fällt dir... Was fällt dir ein? Da darfst du doch nicht so einfach Ich nehm ja auch noch Wasser für dich Pflanzen und... Ne, 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 ne Da kannst du drauf pieseln Also, ne, das geht jetzt zu weit Genau, warum kann man nicht den Urin hier verarbeiten? Bitte was? Naja, doch Du musst gar nicht mehr setzen Ich komm schon ab, Holz bei dir Oh, ey, ich hasse... Ich... Klicke das Kotzen mit der Fliege hier langsam Ähm... Ich hatte mal über 20 Eisen Ähm... Hab das Boot gesaved Loll, das kann man auch hier machen? Daco, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eisen Außerdem zu deiner Prognose Du hast das Boot gesaved Stimmt nicht Ähm... Links ist ne Insel Vor uns sind Fässer Der heißt auch da von Fläger Okay, ich hab's nicht eilig auf ne Insel zu kommen Aber da gibt's... Ja, deswegen... Wo ist denn überhaupt... Hä? Dorte Das ist aber halt auch wieder ne große Ah ja, komm, scheiß drauf Bis Puddlebroke ist Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende Wenn wir die Insel gelootet haben Musst du wissen, ob wir da noch einen aufnehmen wollen oder nicht? Ja, können wir gerne noch... 20 Uhr haben wir's Das ist schon so viel Crab im Inventar, ey Kannst du bitte mal ein... Pa... 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 Mir fünf Kunststoff herbringen Damit ich mir ein klein neues Paddel bauen kann Hier liegt's schon fertig Wir haben ja welche auf Reserver Was? Paddel? Ja Äh... Ich kann das nicht aufheben Jetzt Wir paddeln erstmal zur Insel, okay? Warte so, dass du unterwegs noch ein bisschen Holz mit einsammeln kannst Ja, meins ist broke Da geh ich jetzt an Anker Ja, ist noch Zeit, das dauert Kann ich ganz kurz den Schrott hier wegpacken Du kannst, wenn du willst Hat der dich grad ernsthaft angeknabbert? Ja, wieso ist der so schnell dort? Gute Frage Gute Frage Oh Unbedingt Holz Wir müssen unbedingt mal für jeden eine verbesserte Axt herstellen Vielleicht bringt uns... Was? Was? Ich hab eine Besser gesagt Ich hatte eine Die ist grad kaputt gegangen Vielleicht bringt die mehr Holz als eine normale? Ähm... Ich hab jetzt grad aus zwei Bäumen zehn Holz bekommen Ja, das bringt definitiv mehr Kannst du mir das nächste Mal auch eine herstellen Ich dachte du hättest schon die ganze Zeit eine Ich hink irgendwie die ganze Zeit immer hinterher Nee, ich bin die ganze Zeit mit einer Steinachse unterwegs Oh wow Ja, weil irgendwie du hast einen besseren Haken Du hast einen besseren Sperre gehabt vor mir Und so weiter Darum denk ich, ja, hast du das wohl auch? Nee, das hab ich nicht Gibt's sonst noch irgendwas hier? Oh Ja, können wir gleich noch ein paar Erze farmen Das waren Palmsamen und irgendwelche anderen Samen Hallo, lässt du mich mal hier hoch? Hä? Was denn das für eine Logik? Also ich brauch einfach nur Planken noch Für ne Axt Ich hab keine mehr Ähm... Da schwimmen 1, 2, 3, 4, 5 Stück zum Beispiel im Wasser Ich hab sogar Ja... Ich glaub sie wär grad unterwegs dann Was glaubst du, weil ich gerade unterwegs bin? Ach komm, leck mich doch, du Arschloch, ey. Eine konnte ich schon mal herstellen, hast du noch 8 Holz? Ich kann die nicht aufheben? Nein, leg die mal hier in die Kiste bitte rein. Da kann ich sie rausnehmen, was ist denn das für eine Logik? Kackspiel. Warum? Ich hab das Spiel auch erst über Bord geschmissen. Egal, ich heb da frags nicht. Ich geh und beende erstmal die Folge.